Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 5. Juli 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1218. Und heute habe ich wieder einiges an Themen für euch. Sollte das eine oder andere von gestern Nachmittag, also später Nachmittag und oder Abend nicht dabei sein, liegt es daran, dass ich gestern schon am Nachmittag, früheren Nachmittag, habe aufzeichnen dürfen. Dafür kommt die Episode heute. Also, die folgenden Themen sind mit dabei. Tanken, Freiheitsmedaille, Spitalbesuche, Instagram, Geschenkkarten, China und Ubuntu. Dann starten wir doch gleich mal mit Tanken. Und zwar, damit gemeint ist, das Auto, und zwar nicht nur mit Strom, das gibt es schon Lösungen, sondern auch mit diesem guten, oder nicht guten, sondern mit diesem alten Benzin, was man ja nicht unbedingt mehr verwenden sollte, und natürlich auch Diesel. Aber was hat es mit dem auf sich? Nachdem, dass einige der gezeigten Neuigkeiten in CarPlay, welche Apple an der WWDC 2022 gezeigt hat, erst Ende des Jahres 2023 schlussendlich umgesetzt werden, kommen natürlich auch gewisse Verbesserungen schon in diesem Herbst mit einem nächsten Update. Und was ist damit dabei? Zum Beispiel die Möglichkeit des Tankens, sofern es natürlich die Tankstelle auch unterstützt. Ich gehe mal ganz, ganz, ganz schwer aus, dass es am Anfang wieder eher die amerikanisch sind oder in Amerika ansässigen Tanksäulen etc. Lösungen. Oder vielleicht, die Hoffnung stirbt ja stets zuletzt, dass auch die Grossen aufschnappen, wie Shell, BP etc. und das weltweit umsetzen. Um was geht es genau? Ja, es geht darum, dass wenn man auf dem Parkplatz der Tankstelle fährt, da wo man tankt, nicht den Parkplatz, sondern an die Tanksäule fährt, dass man da schon die Bezahlung freigeben kann, auftanken kann und dann nachher gleich abschliessen, so dass man eben schlussendlich quasi gar nicht mehr in das Gebäude rein muss, um zu bezahlen. Das ist natürlich Convenience. Da geht natürlich das eine oder andere an Beigeschäft verloren, wenn der Kunde dann kein frisches Gipfel oder sonst irgendwas, Kaugummi oder was mitnimmt. Aber es ist natürlich auch schneller die Tanksäule wieder leer und somit kann das Ganze effizienter geregelt werden. Ich freue mich auf solche Möglichkeiten und hoffe, dass sowas auch in die Schweiz kommt. Obwohl, ich habe kein CarPlay. Mist, ich bräuchte ein neues Auto. Liebe Autohersteller da draussen. Genau. US-Präsident Biden, der zeichnet nach dem Tod von Steve Jobs ihn mit der Freiheitsmedaille aus. Die Freiheitsmedaille ist eine der höchsten Auszeichnungen, die man in Amerika erhalten kann und die hat er nun für sein Wirken in den letzten 40 Jahren vor seinem Tod für die Computer-, PC-Industrie etc. erhalten. Steve Jobs ist nicht der Einzige, der das im Nachhinein bekommen hat. Andere grosse Namen, die das auch bekommen haben, wer mag, darf gerne in den Shownotes reinlesen. Es kann das nachschauen. Für all die anderen, die es weniger interessiert, die gehüpfen jetzt einfach ins nächste Kapitel mit mir. Und die Links gibt es natürlich wie immer auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures geringsten Misstrauens. Weiter geht es mit den Google-Standortverläufen. Denn ihr wisst ja, Google, die nehmen alles mit. Was um euch herum passiert, in welchem WLAN ihr seid, mit welchem Smartphone ihr in der Umgebung seid, mit welchem ihr länger interagiert und näher zusammenkommt und so weiter und so fort. Und somit nehmt ihr natürlich auch mit, wenn ihr ÖV nutzt, wenn ihr in irgendwelche Gebäude geht, wie zum Beispiel im Gerichtssaal oder wenn ihr in eine Spitalklinik geht. Und das ist natürlich aktuell mit der neuesten Entscheidung, die, ach, da gab es eine ganz gute Podcast-Episode, glaube ich, vom Funk-Podcast, die aufgeklärt hat, wie das Ganze funktioniert hat mit der Abtreibungsgeschichte und eben das, wo das Ganze jetzt wieder gekippt wurde. Und damit befürchten natürlich jetzt viele amerikanische Frauen, dass sie da benachteiligt werden, wenn sie eben getrackt werden und das dann irgendwie mal rauskommt, dass sie eine Abtreibung vorgenommen haben. Und deshalb gibt Google jetzt die Möglichkeit, eine Option, man muss sie aktiv angehen, die man aktivieren kann, dass man eben, wenn man in eine Abtreibungsklinik geht, nicht getrackt wird. Google möchte das später auch noch mit anderen Dingen so handhaben, zum Beispiel mit Kinderwunschkliniken, auch das soll nicht getrackt werden, und mit Suchtkliniken sowie Einrichtungen zur Gewichtsabnahme, auch das soll man aktiv abonnieren können. Und das finde ich dann wiederum, dann weiss natürlich Google gleich wieder, ihr wisst, was ich meine. Nee, hört doch einfach auf zu tracken, liebes Google da draussen. Und macht es anders. Es geht ja auch anders, wenn man dann möchte. Weiter geht es mit Instagram und es gab es schon ganz viele Situationen, wo man hätte sein Instagram-Account löschen können. Ich meine, gehört Facebook ist böse und sowieso und alles drumherum, wenn man das glauben mag und oder auch nicht. Das ist ja jedem selber überlassen. Bis dahin musste man über die Web-App quasi gehen, um das Ganze zu löschen. Jetzt geht es neu in der App. So, meine lieben Zuhörenden da draussen, wer löscht jetzt sein Instagram-Account? Ich wünschte, ich hätte so viel Zeit. Aber ja, genau. Nächstes Thema. Erst gerade vor kurzem habe ich mich mit einem Hörer dieses kleinen Podcasts unterhalten über die Apple Gift Cards, also über die Gutscheinkarten von Apple. Ich glaube, es war jetzt schon Macintosh, wenn mich nicht alles irrt. Wir haben auch im Geek Talk vor kurzem wieder darüber gesprochen und ich habe meinen oder anderen Blog-Post dazu geschrieben, dass man eben hier natürlich die Möglichkeit hat, diese in Aktion zu kaufen und dann zu sparen bei Abos aller möglichen Art bei Apple. Das könnte vielleicht bald nicht mehr so sein und oder, ist euch auch schon aufgefallen, es gibt immer weniger Aktionen von diesen schönen Karten. Was das für eine Geschichte auf sich hat, das könnte ich mal im Geek Talk dem Mutterformat erklären. Das bräuchte ein bisschen länger Zeit. Aber ja, es ändert sich jetzt was. In Amerika wurden ja im Jahre 2019 oder 2020 die Geschenkkarten eingeführt, die globalen Geschenkkarten, die einfach gestrickten Geschenkkarten, die für App-Stores, für iTunes, für Musik, für Filme, für alles, aber auch Hardware genutzt werden können. Sprich, in Amerika und später hat es Apple dann auch in Australien und in Kanada eingeführt, hat man dann mit einer Karte alles machen können und musste nicht schauen, kann ich jetzt mit dir nur Hardware kaufen oder mit dir nur Software oder Abos. Nee, das geht jetzt alles global. Finde ich grundlegend gut und ich hoffe, es gibt wieder mehr solche Aktionskarten, weil das ist spannend für alle Menschen, die da Abos bezahlen dürfen zum Beispiel. Dann geht es weiter mit einem Hack. Hack anscheinend wurde den chinesischen Behörden eine ganz, ganz grosse Anzahl an Daten, über eine Milliarde sind es der nämlich, also von über eine Milliarde Menschen, Daten entwendet worden. Das heisst, da sind Daten drin wie, ach was ist das, Geburtsort, Geburtsname, Adresse, ID-Nummer, die ganzen Daten wegen Gesetzesverstössen etc. Und die werden aktuell für 10 Bitcoin, also etwas über die um die 190.000 Währungseinheiten, werden angeboten. Und Platz bräuchte man dann auch noch ein bisschen, 33 Terabit. Wenn man das ein bisschen zusammenrechnet, da kommt doch pro Mensch oder bei einem einzelnen Eintrag in der Datenbank einiges an Daten zusammen, was damit verknüpft wurde. Wie es zu diesem Leak gekommen ist oder zu dem Lack gekommen ist, weiss man aktuell nicht. In der Theorie sagt man Schwachstellen in Cloud-Anbieter wie Alibaba, Huawei oder Tencent. Das weiss man nicht genau, darüber wird noch spekuliert. Und ja, wer mag, wie gesagt, 10 Bitcoins müsst ihr in den Topf schmeissen und dann könnt ihr euch im Darkweb an den Daten bedienen. Ach ja, Mobilfunknummern sind auch noch mit dabei. Also da kann man ein bisschen telefonieren, wenn man dann mag. Zu guter Letzt habe ich euch noch ein bisschen was aus der Linux-Ecke. Für all diejenigen unter euch, die unter anderem auch oder vor allem auch oder wie auch immer Ubuntu nutzen. Der Ubuntu-Desktop hat die Unity 7.6 Update erhalten. Im April kam erst das 7.4 Update. Also da geht jetzt wieder ein bisschen was. Das ist auch schön so. Es wurde an der Oberfläche, sprich im grafischen Design der Oberfläche, geschraubt. Aber natürlich auch im Untergrund. Und wer mag, oder besser gesagt, wer das System nutzt für sich, der sollte das Ganze auf jeden Fall installieren. Ich werde mir nachher gleich das Update anschmeissen. Das war's jetzt mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn es klappt, hören wir uns bald schon wieder. Genau, bis dann. Habt einen erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.